So, hallo Leute, ich habe meine Tracht angesogen, Eukalyptus, Bonbon, Marmeladen, Amala, besungen auf braun.cracker.info, braun.cracker.info. Bin gerade vor dem Lied Auferstanden aus Ruinen, habe meine Tracht angezogen mit der Kamille für die Damenwelt, dass ich Ihnen auch gefalle. Einen Hut mit Feder und einer Nadel aus dem Gebirge. Ich war ja 50 Mal am Markt oben mit Trachthutwanderstab, um da Stabilisierung für Gottesbodenbestätigungen zu sein, sagen wollen, können hoffen werden für Eskabierlozifer. Es gibt jetzt Christentum. Wir können tausend Jahre Frieden vielleicht uns anzinnen. An meinem Platz ruht, ob was, ihr auch hört. Ich war auch aufbrausend und nicht im Rahmen. Mich erinnern auch Patsche an Friede. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dieses Sendung Gespräch des aktuellen Tages hat euch gefallen. Und soll ein kleiner Gruß werden. Ich habe einen Bruder erlebt, der sah mich in meiner Straße mit der Tracht und dem Hut. Kommt aus Schwarz-Weiß-Grau, gerade noch so akzeptieren, Vereinigung. Und der sieht mich und ich weiß was von ihm. Er ist ein Seelengleicher. Er rast an mir vorbei. Er sagt sich Folgendes. Oh mein Gott, der glaubt noch an Braun. Wo lebt der? Wo ist denn der? In welcher Zeit hängt denn der? In dem Sinne, das Gute bewahren. Und darüber reden, dass die guten Werke folgen. Wir werden Erfolge haben, wenn wir zwei unser Herz gewinnen. Hand aufs Herz oder bei der Sache sind im selben Ziel vereint. Wenn zwei Werke folgen, ist es vielleicht ein Erfolg. Dass der Segen war, dass jeder mit sich beschäftigt und seinem Gegenüber. Und keiner hat versucht, Millionen zu beeinflussen. Das ist heute ein Experiment, heutzutage, dass wir wie Herde von verschiedenen Menschen und Einflüssen Getriebene sind. Da vom Internet, von der Kirche, vom Staat, vom Wirtschaft, vom Fernsehen, von Funk, von Zeitung, von Zeitschrift, von Buch, von Buchdruck. Ja, manchmal ist es rausnehmen auch eine Lösung. Das war der Segen, dass jeder mit sich beschäftigt und mit seinem Gegenüber. In dem Sinne grüße ich mal meinen Liebling auf der Spur, obwohl ich als Single-Haushalt offiziell bin. Ich habe eine heimliche Frau. In dem Sinne, dass ich mich mehr mit Milch beschäftige und wünsche ich euch auch das kleine Glück. Eucalyptus-Bam-Bam oder Marmeladen-Ama im Westerwald-Lied auf brown.cracker.info mir schön genießt. Nicht so in Rage kommen, wieder in Spannungsmusik eintarieren. Und dann wird es vielleicht ein schöner Tag. Bis dahin, 2033, stabil, Stabilität.